so eine wütter schöne guter abend mal liebe offen kannst du mein neues video von mir und dem jahr heute ist ja schon freitag und es gibt so ja war morgen schon wochenende und hoffe ihr auch weil morgen ist ja endlich wochenende endlich wochenende ja heute ist freitag 24 juli und zwar rosa games hat wieder neue informationen dazu neue gita online update und so werdet online erscheinen in kurzen inhaltsupdate weil normalerweise kommt rosa games news feier immer jeden dienstag donnerstag und freitag und manchmal mittwoch für manchmal für die antikunde oder manchmal dieser für die antikundestfehler und denn was rosa games uns hier auf deutsch geschrieben hat ist euch mein kurs update vor geht ja online und werdet online erscheinen in kurzen inhaltsupdate oh mein gott was ihr rosa games ihr uns geschrieben hat da in den nächsten monaten sowohl gta online als auf wettet online von mehr spielern gespielt wurde als jeweils zuvor ist sind wir uns bewusst dass ihr auf neuerigkeiten zu ab des erwartet wir freuen uns daher euch mitzuteilen dass beide spiele in den kommenden wochen ein großartiges neues update update erhaltet werden in wettet online können sich die spiele auf ein riesiges neues update inklusive eine neue tätigkeit im grenzland freue dass am dienstag den 28 juli erscheinen wird es für die spieler die die in die geheimnisse der naturkunde als teil eine brandneue rolle ein und rolle ein und es wird in den kommenden monaten eine neue ortlaufpass zahlreiches von der community gewünschte vertus für behebungen und vieles mehr geben ein sommer update vor geht ja online steht ebenfalls in den startlöschern es bieten einem es bieten eine bereit bereiten mix aus verschiedenen inhalte der zahlreichen aktivitäten des spiels den den ihr entdecken und spielern könnt und was denn auch rosa gibt es noch geschrieben hat später in diesem jahr können sich spieler auf weitere großen update vor beide spiele freuen darunter spannende neue erweiterungen eine bestehende rolle in gta eine in werdet schuldigung in werdet online sowie das bislang größte update vor gta online in dem ihr ein neuer rauboberfall an einem komplett neue schauplan spielen können also also es wird ein neues rauboberfall update geben und zwar letztes jahr haben wir im december den 12 dezember habe wir nämlich der diamond casino heiß update also seit letztem jahr der raubuferfall von casino heiß update haben wir schon letztes jahr schon bekommen und ich bin da auch schon sehr sehr gespannt was ein neues dsc kommen soll es wird ein raubuferfall in den rosa gibt es da noch geschrieben es gibt noch vieles mehr dass wir euch mitteilen wollen wenn die zeit rief oder reif ist auf dem rochster news feier findet ihr immer die neuesten informationen aus dem neuen spiel zum beispiel von rosa games zum beispiel von kita online und werdet online und es wird eine rauboberfall und ich habe auf google pass auf englisch auf deutsch habe sie auf mr pass auf der wieder auf youtube geguckt und es wird ein nämlich ein neues schauplatz spieler können weil in dem ein ihr eine neue raub auf rauberfall an einem komplett neue schauplatz spieler können also neue schauplatz geben ich will ein neues ort geben welcher ort das zeit wird hat rosa gibt es immer noch nicht bis jetzt offiziell bestätigt müssen wir doch nächste woche noch ab weiter also nächste woche in den kommenden monaten wahrscheinlichkeit im august mit ein neues update zu rechnen könnte und die promoliste auf dem casino liste also den mehrere autos die noch veröffentlicht werden soll sondern bald abgelaufen sein und ich bin auch sehr sehr gespannt was rosa geben als es wird ein raub überfall die szenen wird in der abgestattung zweimal ist und es wird natürlich ein raub überfall die szenen was ein raub überfall die szenen sondern heiß ist hat rosa gibt es immer noch nicht bis jetzt offiziell bestätigt und in zwei wochen ich habe ja gestern oder habe ich ja vorher gesagt darüber ein video gemacht dass nämlich das geht hier dass rosa gibt es plan eine antikunde des neues rosa games spiel also ein neues spiel von rockstar im auch anfang august nach ankündigt werden wahrscheinlichkeit ist also zwei wochen als nächste woche der ober nächste woche ist schon ab von august da werden zwei wochen ab von august da wäre dann wahrscheinlich kann mit einem antikunden zu rosa gibt es gebe wird wahrscheinlichkeit wird gta 6 sein oder wahrscheinlich ein anderes spiel von rockstar gibt es ein neues spiel von rockstar oder wahrscheinlich bekommen wir neue informationen zu gta 5 auf die playstation 5 und die xbox serie ist die neueste versionen und ich bin auch schon sehr sehr gespannt und ja ich bin auch schon mega sehr sehr gespannt auf das neues update im gta online und ja ich bin sehr sehr freut ich freue mich schon aber wir müssen noch warten auf neue trailer und zu wanda willis tamisu gta online zu neuen update und ja ich bin sehr sehr gespannt und ich wünsche das war es hier bei uns hier bei lukasvlogs hau es dir gefallen da gibt es natürlich ein daumen da oben wenn euch gefallen macht da unten abonniere mein kanal ist immer kostenlos ich habe auch gesehen auf dem youtube creators 75 prozent haben sie noch nicht auf mein kanal abonniert ihr müsst jetzt machen dass wir unsere community von youtube größer wird und für die synchrofe verfahren wahrscheinlichkeit weiter mit youtube zu machen wenn du neu auf meinem kanal bist könnt ihr mich gerne unten auf dem rote button zu abonnieren und natürlich den glöckern zu schalten und die glöckern aktivieren sonst verpasst ihr keinen nicht von mir also von gta 6 und gta 5 online für neue dlc und zum videos und vlogs natürlich und ich wünsche euch noch einen schönen abonniere und eine schöne gute nacht und wir uns hoffentlich bis zum nächsten video bis dann tschüss ihr lieben und ein schönes wochenende macht's gut und tschüss ihr lieben tschüss ihr lieben